Wir kommen zu unserem Start unserer wunderbaren Konferenz Urbane Naturenkulturen entwerfen, Designing Urban Nature Cultures. Mein Name ist Regine Keller, ich darf meinen Kollegen Ignacio Farias vorstellen. Ich darf Sie ganz herzlich heute Abend hier begrüßen im Vorhölzerforum der TU München, einen Raum der Architekturfakultät und Sie gestatten mir, dass ich einzelne Personen ohne Sie zurückzusetzen besonders begrüßen möchte. An erster Stelle Frau Dr. Monika Kratzer, Abteilungsleiterin im Bayerischen Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz. Ich werde nachher noch mal ganz kurz was zu Ihnen sagen. Neben ihr sitzt Herr Dr. Theiler, der in der Abteilung für unser Forschungsprojekt zuständig ist, denn dieses Forschungsprojekt ist gefördert vom Bayerischen Umweltministerium. Ich darf begrüßen Frau Prof. Dr. Elisabeth Merck, Stadtbaurätin hier der Landeshauptstadt München. Ich bin sehr froh, dass Sie meinem Wunsch gefolgt sind, uns ein Grußwort zu überbringen, denn der Ort, an dem wir forschen in unserem Forschungsprojekt, ist München. Und insofern gibt es einige Punkte in unserer Konferenz, die wir über diese Stadt erfahren werden, die Sie über diese Stadt erfahren werden. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute Abend mit drei Kolleginnen erste Keynotes zu unserer Konferenz hören werden. Es ist Undine Giesecke von der TU Berlin, Professorin dort, dann Professor Cordula Kropp von der Uni Stuttgart. Und ich darf begrüßen Silvia González von Green City e.V., einer zivilgesellschaftlichen Organisation in München, die sich um das Grün in Stadt tatsächlich mit Hands-on-Projekten befasst. Was es mit diesem Forschungsprojekt auf sich hat, werden Sie natürlich ganz genau morgen durch unseren Auftaktvortrag, den wir morgen früh um 9.15 Uhr halten werden, erfahren. Aber es ist vielleicht so ein bisschen gemein für diejenigen, die morgen früh nicht da sein werden oder vielleicht noch nicht den Weg hier ins Vorhölzerforum gefunden haben, so gar nichts darüber zu sagen. Und lassen Sie mich ganz kurz, ganz schlaglichthaft erläutern, was wir denn eigentlich tun. Wir untersuchen den Wandel von Stadträumen, die Veränderung und Transformation von Stadträumen unter der Betrachtung der besonderen Herausforderungen, die der Klimawandel an uns stellt. Sie brauchen nur morgens das Radio anzuschalten und eine der ersten Nachrichten sagt, irgendetwas zu den Themen des Klimawandels, seien es die Beschreibung von Naturkatastrophen, seien es die Beschreibung von Hitze, Inseleffekten in Städten. Aber seien es auch Regierungsabsichten, wie wir eigentlich Klimaziele, die sich einzelne Regierungen gesetzt haben, eigentlich miteinander erreichen können. Und man ist schon dabei, manche Dinge zu relativieren und zu sagen, naja, wenn wir zwei Grad Klimaveränderung nicht schaffen, dann machen wir doch 1,5 Grad. Also man merkt schon, wie schwer es ist, in dieses große System unseres Globus einzugreifen. Wir Menschen haben das schon immer getan und haben, davon sind zumindest viele Wissenschaftler überzeugt, das, was wir gerade an klimatischen Sondererscheinungen erhalten, mitproduziert. Das Zeitalter des Anthropozäns, dazu werden wir heute was hören, bringt das zum Ausdruck. Wie forscht man daran? Und vor allen Dingen, wie forscht man als Landschaftsarchitekten daran, wenn man sich mit diesem Modell-Stadt-System auseinandersetzt? Und wir als Landschaftsarchitekten haben uns gedacht, naja, wie wir selber daran arbeiten, kennen wir schon lange. Wie sieht es denn aus, wenn man sich interdisziplinär zusammensetzt und wenn man das auch aus der Warte einer anderen Disziplin miteinander betrachtet? Und wir haben ein Forscherteam gebildet zwischen meinem Lehrstuhl für Landschaftsarchitektur und dem Lehrstuhl für damals partizipative Technikgestaltung am MCTS der TU München mit Professor Ignacio Farias, um aus der Sicht der Stadtanthropologie auf die Erscheinungen des Klimawandels aus Sicht der Menschen und vielleicht auch Nichtmenschen zu blicken. Damit haben wir einen Antrag formuliert, haben ihn vielfach mit dem Ministerium diskutiert. Ich danke an der Stelle besonders Frau Prof. Dr. Schlössl, die uns hier immer mit Rat und Tat zur Seite stand, um diesen Antrag so reif zu machen, dass er tatsächlich im Umweltministerium gefördert wird. Und ich danke an dieser Stelle sehr für diese Förderung, denn wir können drei Jahre zu diesem Thema forschen und haben zwei wissenschaftliche Mittagsbeiderstellen für drei Jahre bekommen. Und ich darf an der Stelle die wissenschaftlichen Mitarbeiter erwähnen. Es ist Felix Remter, der am Lehrstuhl von Ignacio Farias arbeitet. Du kannst vielleicht ganz kurz mal dich zeigen. Dann Markus Riese, der die Konferenz vorbereitet, der kommt gerade reingestürmt. Und seine Vorgängerin Elisabeth Radchen, die heute auch da ist und die ich begrüßen mag, die begonnen hat, mit uns an diesem Projekt zu arbeiten. Also ein kleines Team. Ursprünglich wollten wir viel mehr Leute sein. Aber wir sind eingebunden in das sogenannte ZSK, das Zentrum für Stadt, Natur und Klimaanpassung. Der TU München, auch gefördert vom Ministerium, in dem wir in einem Forschungsverbund mit anderen Disziplinen sind und da auch tatsächlich eine unglaubliche Befruchtung erleben, was andere Disziplinen, andere Blicke auf das Thema Klimawandel in Stadt betrifft. Das nur ganz kurz umrissen. Wir befinden uns im Moment mit unserem Projekt ungefähr in der Halbzeit und hatten versprochen, dass wir eine Konferenz machen. In so einem Antrag verspricht man ganz schön viel. Und dann kam so das 2018 auf uns zu und gleichzeitig der Termin des sogenannten Weinstephaner Forums, eine Vortragsreihe, die jedes Jahr am Studiengang für Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung stattfindet. Und ich sagte ganz kess, ach, lasst uns doch eine Sache daraus machen. Ich mache das gleich mit. Die Kollegen der Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung und Umweltökologie sagten, ach fein, das macht jetzt die Keller. Und ich sagte, ich muss sowieso eine Konferenz machen. An der Stelle also auch der Studienfakultät herzlichen Dank, dass sie zugelassen hat, dass wir das Weinstephaner Forum dieses Mal in München stattfinden lassen, dass wir viele Menschen, die eigentlich in Freising uns vermuten und in Weinstephan hierher kommen, um an der TU München im Vorhölzer Forum diese Variante des Weinstephaner Forums mit unserer Konferenz heute und morgen genießen. An der Stelle sei auch allen gedankt, die diese Veranstaltung mit möglich gemacht haben, die Unterstützung des Ministeriums genauso wie aber auch die Unterstützung der beiden Lehrstühle, meiner Lehrstuhlmitarbeiter, bei denen ich mich schon mal ganz gleich bedanken möchte, weil sie hier innerhalb kürzester Zeit sehr viel geleistet haben. Aber Dankeschön sagen wir vielleicht ganz am Schluss. Jetzt gehen wir zu den nächsten Punkten über und freuen uns sehr, dass Frau Dr. Monika Kratzer zu uns sprechen wird.